Musik Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zu Call of Duty Infinite Warfare Schön, dass ihr eingeschaltet habt, euer Transecker Mike und wir starten in die kleine VR Demo Und ich wünsche euch viel Spaß dabei, wow, wie geil ist das denn? Auch der Playstation Pro, wow, sieht das genial aus Boah, das ist mal krass Das ist mal richtig krass Das ist mit Abstand das Beste, was ich bisher gesehen habe Wow Ich fühle mich richtig hier original im Flugzeug, also das ist schon der Wahnsinn Sieht das echt aus, krass Autopilot ist an, guckt euch das an Ich will gleich mal schauen, wo ich hier Gas geben muss Oder ob es automatisch geht Zum Start hin, okay Wow, ist das genial Okay, zuerst die hintere Sensoranlage der Retribution Wir fliegen nach Achtern Richtung Haupttriebwerke Folgen Sie mir Ist das genial, wow Nicht schlecht, nicht schlecht Ja meine Lieben, vielen Dank erstmal für's Einschalten und willkommen bei Call of Duty Infinite Warfare, der VR Ausgabe hier Die geht glaube ich nur 7, 8 Minuten in die Tech Demo Ich bedanke mich vorab Für's Zuschauen bei euch Denn dieses Äh Endet meistens sehr abrupt Diese Demo Wir müssen hier stoppen und die Diagnose starten So Dem erstmal nachher hier Wow CSKA 1, 2 Leichte Schäden an der hinteren Sensoranlage Die Ausrichtung der Hauptarztin ist beeinrichtigt Okay Verstanden, 1, 2 Wir schicken ein Erwartungsteam Kümmern Sie sich um die restlichen Trümmer bevor Sie noch mehr Schäden anrichten Bestätigt Krass Ist das genial Und die werde ich mit Sicherheit nochmal zocken Ist das gut Also das ist wirklich gut gemacht Oh ist das echt Ich bin absolut geflasht Das ist ja auch Oh Ja genau Demo ist noch Boah krass Demo ist dann nicht Wir registrieren eine Energieschwankung voraus Könnte an der beschädigten Sensoranlage liegen Können Sie Sichtkontakt herstellen Position wird auf ihrem H ad markiert Verstanden Nähern uns Gern einmal zu den lang Achtung wir nähern uns der Position Sieht aus als würde die Sensoranlage Ähm Moment Heilige Scheiße Was ist das Woh 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 Ist das genial Krass! Krass! Ist das genial! Gute Treffer! 2, 1! Wow! 30 Sekunden in der Luft! Feindliche Erfassung! Ziel erledigt! Geschossen! Wuhuu! Wow! Ist das genial! Ist das geil! Krass! Krass! Woah! Was ich mal in meinem Horizont wieder finden hier? Hallo? Woah! Schön von oben! Bam! Krass! Roger, im Anschlug! 5 Sekunden! Leinbleiben! Leinbleiben! Flieger gesichtet! Ohohoho! Über den Kopf! Krass! Ich bin wieder gerade! Ohohoho! Ist das heftig! Ohohoho! Ist das echt! Ohohoho! Ich hab die gleich alle hier! Ohohoho! Ist das heftig! Ohohoho! Ist das heftig! Ohohoho! Ist das heftig! Ohohoho! Ist das echt! Ohohohoho! 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 Ohohoho! Krass! Das war knapp! Und diese geile Musik! Ohohoho! Ist das geil! Der 6 ist getroffen. Der 6 ist abgeschossen. Werde beschossen. Boah. Boah, endlich hab ich wieder ein bisschen Horizont hier. Zitiert nicht zurück. Hier ist die Retribution. Sie laden hier Bo-Kanon. Alle Checkers, das Feuer auf diese Rollen, die Nerven konzentrieren. Der Aufschluss. Verzelt. Boah, was ist mit unserem Schiff los hier? Hier spricht die Tigris. Wir greifen einen SDF-Zerstörer bei 7, 2 zu 5. 1, 2, 1. Wow, ist das genial. Das müsst ihr unbedingt mal zocken, meine Lieben. Das ist richtig geil, die Demo. Gibt's kostenlos im Store für euch. Wenn ihr VR habt, unbedingt anspielen. Jawohl. Das ist absolut genial. Also ich hatte die Vercury ja schon kurz angespielt, dass die Details so gut. Jo, und ich glaube, das war's auch. Ich verabschiede mich von euch, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017